ja hallo und herzlich willkommen bei dem kanal fanfuglp ich habe leider gerade ein video wollte starten und habe leider auf streaming starten gemacht das war natürlich fail ok dann ist die zweite klappe so und zwar was will ich heute zeigen zwei wir alles live gibt es ein manko und zwar ist das bei den tradern diese ad action menü was ist das ad action menü ist wenn ihr zu dem trader geht und dann scrollt und dann seht ihr hier zum beispiel carshop und diese funktion des scrollen also diese ad action funktion frisst unendlich performance es scheinen sich zwar ein bisschen die geister drum aber soweit was ich gelesen habe wird diese abfrage von ad action ob irgendeiner nähe ist und dieses menü aufgehen könnte oder halt eben angezeigt wird wird er gebe ich alle sekunde alle 120 mal aufgerufen angeblich waren die sagen 140 die man sagen 100 also das ist ein bisschen unterschiedlich ich kann es nicht genau sagen und was ich weiß dass dieses ad action wenn dieses auf jedem trader sitzt oder auf jedem trader drauf ist das ist unnötig performance sieht deswegen habe ich mich entschieden ich baue hier für die leute eine funktion oder ein eine ja eine funktion kann man es eigentlich nennen oder ich baue den scripts oder programmiere scripts wo ihr mit einem tastendruck das öffnen könnt das heißt es öffnet sich ein menü und dieses menü sind buttons und dann stehen die ganzen shops da drinnen je nachdem was ihr eintragt was ich in diesem video nicht erkläre ist auf jeden fall sehr sehr wichtig ich erkläre dieses video nicht wie man es installiert sondern ich erkläre nur in dem video die funktionsweise wie man das zum trader einfügt das erkläre ich hier auch wie man genau die ganzen scripts installiert das heißt den dialog installiert die ganzen scripts zum laufen bekommt und so weiter erkläre ich alles bei global gamers unten in der video box ist der link zu global gamers und da seht ihr alles was ihr braucht und auch wenn es irgendwann die probleme gibt bitte schreibt es nicht unter das video ich gehe darauf nicht genauer ein warum nicht weil bei global gamers wenn das drin steht sieht es jeder und wenn es dann irgendwelche probleme gibt kann er das nachlesen und kann das dann dementsprechend beheben darum geht es mir also bitte geht auf global gamers wie gesagt unten in der video box ist es drin so damit es hier funktioniert wie gesagt ich habe hier scripts gebaut kann euch mal einen zeigen das ist ein script von denen dieser script hier ist für den dialog das zeige ich euch auch gleich und der zum beispiel setzt schon mal die buttons es gibt insgesamt in dem menü gibt es zehn stück sollte normalerweise reichen also ich vermute mal zehn stück wird locker reichen wenn sie alt eben nicht reicht zeige ich euch auch vielleicht auch gleich also ich zeige euch zumindest den die source dateien dann könnt ihr dialog auch ändern ihr müsst aber dann dementsprechend wenn ihr das auch macht dann auch diese sachen hier anpassen ich habe noch einen zweiten skript dann zeige ich jetzt auch gleich mal den ich gebaut habe und zwar seht ihr oben schon action to script cfg aber extra oben reingeschrieben dass sie für standard altes live das ist jetzt hier nichts für eine ahnung habt ihr etwas spezielles eingetragen funktioniert das mit diesem system nicht sondern das ist alles standard zeug wie garage prozessen etc ich vermute mal das meiste wird wahrscheinlich bei euch passen und wird auch wahrscheinlich gehen aber es gibt sachen die wahrscheinlich nicht funktionieren die müsste dann selber anpassen also wie gesagt alles nur standard hier seht ihr zum beispiel eine das ist von der garage oder hier in die garage der prozess action oder lizenzen und so weiter als sie ist sehr viel drinnen der schnelle zeug ist schon so weit drinnen eingefügt wie gesagt ich vermute mal die zehn butner wirklich reichen jetzt kommen wir zu einem dialog das ist der dialog und hier oben diesen bereich hier oben ihr könnt jetzt diesen bereich kopieren öffnet armor geht in editor am besten in vr also virtualität und drückt einfach escape taste ihr müsst natürlich erst ein unit durchsetzen dann vorschau rein sobald ein vorschau drin seid wie gesagt wenn das hier kopiert hat nicht den oberen nicht diesen bereich hier oben der hier oben nicht der unten auch nicht sondern dieses array hier das gesamte mit dem dollar zeichen zusammen dann auf escaped geht und dann auf edit oder guy editor geht dann seht ihr das komplett wenn informationen haben wollt wie das geht mit dem guy editor guckt doch bitte einfach mal bei global gamers da gibt es auch die erklärung und wie man einen dialog erstellt erkläre ich auch wie man das importiert und wie man das editiert das erkläre ich im video nicht weil ich habe das schon zuvers gemacht so das ist jetzt der dialog und ihr seht hier oben schon action on load und das ist dieser skript hier wenn dieser dialog erstellt wird diese gesamte der startet dann werden alle buttons gesetzt natürlich dann nur wenn ein trader nähe ist hier sieht man es auch ich kann es auch gerne mal zeigen hier ist trader oder data cursor target geht variable shop data und da kommt natürlich auch ihren spiel die sache ist auch ich werde euch nicht eine fertige mission geben sondern diese mission müsst ihr mischen müsst ihr selber umbauen ich werde nicht das übernehmen euch die ganze mission umzubauen also ich bin gerne bereit sowas zu bauen als script habe ich auch gerne hier gemacht wenn die alle gerne benutzen aber die mission baut ihr selber um wie funktioniert das genau das will ich auch in diesem video erklären wie das funktioniert im dialog ich vermute mal ihr braucht ja ihr werdet wahrscheinlich nichts mehr dran machen weil wie gesagt zehn buttons sind drinne es wird normalerweise reichen ich stelle das eigentlich auf null um weil null geht auch es ist soweit hier alles fertig das ist ein ganz einfacher dialog aber wie gesagt vor dass selber noch editieren das design gefällt euch nicht oder wollt irgendwas ändern dann nehmt das und editiert es hat mal was schauen genau ich musste noch die codierung noch ändern es wird noch einige sachen von mir kommen spezifisch halt videos wird noch einiges kommen also seid noch gespannt was sondern schönes kommt ich habe da eine ganze menge zurück noch auf lager was ich gerne zeigen möchte nicht alles aber schon eine ganze menge so jetzt haben wir hier jetzt gerade mal hier haben wir zum beispiel eine action mehrere zum beispiel das sieht jetzt hier in der mission nicht so aus in der mission ist das ein doppelstring immer und so weiter ich habe das jetzt hier alles mal ein bisschen sauber gemacht damit ich auch besser arbeiten kann und auch ein skript aufbauen kann doch wie geht ihr jetzt vor wie baut jetzt die mission um da ihr wahrscheinlich hier in dem in dem skript gesehen habt gibt es eine get variable shop data und genau das müsst ihr auf den trader setzen und was müsste es auf den trader setzen ich gebe euch einen tipp wie man das am besten bearbeiten kann von der mission her und zwar ihr geht in die mission rein nehmen wir jetzt mal zum beispiel das hier oben kopiert euch diese dis action raus kopiert das hier raus löscht das einfach raus nehmt eine neue zeile fügt sie ein macht ein bisschen eine codierung an das mache ich das zumindest immer dass ihr ein bisschen besser seht ok mache ich doch mal lieber obwohl ist eigentlich egal man kann auch normale sqf nehmen so jetzt habt ihr hier die dis action jetzt seht ihr das action zum beispiel den name closing store dann den skript und dann den name der klamotten oder des klamotten shops da ich euch aber ja gesagt habe ihr müsst ihr müsst auch wirklich die shop data nehmen als set variable hier oben zum beispiel was drinne moment das muss ich gerade mal ändern hier das ist leider wenn man die codierung ändert dann kommt das mal so vor dass es so ganz komisch oben aussieht doch jetzt passt aber ab hier oben ein exempel das hier oben ist wichtig für euch das kopiert ihr euch und setzt das hier mit rein dann habt ihr schon mal wie ihr das ihr seht vom name her shop data wenn ihr hier drüben guckt was er hier rausholt heißt sie auch shop data set und get variable was ist das eigentlich kann ich euch ganz kurz erklären es ist es ist wirklich ganz ganz einfach was das angeht eine set variable könnt ihr auf mehrere sachen drauf legen ich benutze meistens variablen für units also für spieler für trader für häuser kann man nehmen was man gerne möchte ich in diesem beispiel benutze für einen shop also find trader es kann und dem beispiel kann das ist es egal ob das jetzt in haus ist ob das jetzt ein menschen menschen mensch ist oder ein auto oder was der geier ist in dem beispiel egal weil hier ist oder so cursor target cursor target ist ja alles diese crosshair und die set variable kann man wie gesagt hier auf ein model legen auf ein objekt weil ob jetzt ein auto unit ein spieler was auch immer das ist alles objekte und ich setze das hier drauf als set variable shop data auf komplett public obwohl es ist auch nicht viel sinn macht was ich gerade sehe ich habe hier sogar noch fehler drin was gerade sehe ich brauche das gar nicht auf public zu machen ich ändere das hier oben auch alles verkehrt ist was ich hier gemacht habe ähm der hintere befehl als ihr gibt hier daten ich zeig mal hier drüben ihr gibt hier daten ein das nimmt er mit oder das setzt er dann auf den trader und das hintere ist nur der befehl dafür ob das jetzt für alle komplett zugänglich ist oder nur für euch ähm in dem beispiel kann man das eigentlich nur für euch machen weil das sieht es wieder so jeder jeder der die mission lädt kriegt doch die set variable auf den trader aufgelegt und ja dann sieht es halt äh seht ihr das oder so und der andere seht es auch so was müsst ihr jetzt hier machen und zwar wir haben jetzt hier diesen script der script ist aber an sich eigentlich vollkommen egal der ist wirklich vollkommen egal den braucht ihr eigentlich wenn ihr irgendwas bearbeiten wollt oder irgendwas an der mission machen wollt ist dieser script eigentlich an sich unwichtig weil das ist nur eine vorkonfig was für euch wichtig ist dieser script hier der ist für euch wichtig jetzt für mich ein bisschen schwierig das euch zu zeigen aber dieses script hier ist wichtig ähm warum ist dieser script wichtig äh und zwar dieser script ist aus einem bestimmten grund wichtig das ist das was zum ende rauskommt also wenn es auf den button drauf klickt dann passiert genau das hier also wird das die funktionen ausgeführt das heißt im umkehrschluss ihr müsst die shop data richtig einstellen also die set variabel wenn das nicht tut funktioniert das alles hier nicht das heißt die ganze die ganze funktion also wenn ihr auf den button drauf klickt passiert einfach gar nichts das ist hier auch so gebaut dass nichts passiert also es kommt auch keine fehlermeldung und ihr müsst dann ihr müsst das einmal richtig setzen wenn ihr das hier zwei drei mal mit der set variabel gemacht habt könnt ihr es eigentlich immer wieder kopieren und das immer wieder anpassen zeige ich euch gleich so fangen wir mal an mit dem closing store geht ihr einfach hier auf die rechte seite ja passt okay ihr braucht wie gesagt hier das wirklich nicht zu beachten und da gerade belegt das richtig aber das ist schon richtig was ich gemacht habe alles klar das braucht ihr nicht zu beachten so wie gesagt wir haben jetzt ein closing store dann guckt ihr einfach mal hier rein wir haben hier lizenzen da haben wir hier dp mission dp mission alle anderen shops sage ich euch gleich vehicle shop helikopter heal pay bankautomat gang halt out fällt euch ja auf irgendwie ist ja hier kein kein klamotten shop dabei das ist richtig und so aus einem bestimmten grund für alle shops also außer vehicle shop das ist beim item shop so das ist beim general store so das ist beim klamotten shop so und so weiter braucht ihr nur die nummer 6 der vehicle shop ist ein bisschen anders da weil der braucht äh mehrere sachen wo das auch nicht ganz richtig ist was ich sogar hier sehe äh das ist sogar nicht so ganz richtig was ich erzähle äh man könnte für alles sogar die 6 nehmen weil die vehicle shop moment nicht dass ich ja doch das ist richtig doch das ist ne das ist nicht ne falsch das ist doch nicht ganz richtig äh bei der vehicle shop stimmt da gibt es ein eine ja eine funktion oder ein ich sag mal ein äh ja das ist es sind mehrere sachen also hier bei dem bei dem shop ihr seht ihr hier oben äh das ist halt die zahl die nummer 6 hier haben wir genstore das ist dann halt der shop dann der script der name hier hinten das variiert natürlich das ist klar und beim car shop ist das ein bisschen anders da der car shop hat ja drinnen äh cop car das wäre dann der shop dann die die seite also welche seite die der shop ist äh dann cop car 2 das heißt dann der spawnpunkt das ist äh welche gruppe ihr seid und das ist der name ähm dann was mir noch gerade auffällt moment ich ändere mal ganz kurz was obwohl das kann man auch gleich direkt machen es ist gar nicht so schwierig ähm obwohl ich ändere es mal ganz kurz doch und kommen wir gleich wieder bis gleich so dann bin ich wieder zurück und zwar was habe ich jetzt geändert ganz einfach äh ich habe noch gerade was übersehen und zwar dass ihr jetzt über den den shop auch einstellen könnt welche gruppenbezogen das ist die shops habe ich noch mal reingebracht dass die seiten und jetzt checkt ihr einfach noch ab äh ob die player seite äh dazu passt also ob das dann die richtige seite ist und dann wird der button erst aktiviert und auch gesetzt ähm das hatte ich noch vergessen muss auf jeden Fall rein weil dann könnt ihr mich jetzt auch bestimmen äh welche daten ja welche daten halt eben haben soll oder welche daten derjenige auf der gruppe haben soll so was ich jetzt hier mache ist mal ich setze mal das hier auf äh ja ich setze es mal hier ein bisschen frei damit ich hier weiß okay das ist jetzt in meiner daten so was macht ihr jetzt wie gesagt ich habe es ja gerade schon gesagt aber ich werde es einfach nochmal erzählen und so was ihr einfach macht ihr guckt hier oben okay das ist jetzt der closing store und hier hinten steht ja eigentlich nur bruise und was ihr eigentlich jetzt am ende braucht äh ähnlich wie die ad action ähnlich jetzt hier zum beispiel guckt wie das hier angeordnet ist gen store und der script name wenn ihr jetzt hier die ad action anguckt seht ihr ja shop name script name shop name script name so was ihr jetzt macht ist ganz ganz einfach ihr setzt die set variable auf den trader und zwar endet das so ihr seht jetzt hier zum beispiel gehen wir jetzt auf den ersten button das wäre zum beispiel nur ein button äh macht ihr das wie folgt ähm im moment muss ich gerade mal was gucken genau ihr müsst es jetzt so machen ihr habt ja hier ein äh ein array ich mach zum beispiel erstmal ein zweites ich werde jetzt auch mal hier ein bisschen auseinander ziehen dass es ein bisschen einfacher ist um euch zu zeigen und so und zwar wenn ihr einen einzigen datensatz haben wollt wie zum beispiel jetzt den closing store müsst ihr nur ein array füllen wenn ihr jetzt aber einen zweiten haben wollt ein zweites array setzen damit der bei dem button weil das automatisch macht der countet das ganze also der countet den trader data ähm und wenn ihr das countet und sieht äh über null das heißt dann ein einziger datensatz dann setzt ihr auch nur ein button setzt ihr jetzt ein zweites array countet das und dann okay das sind sogar zwei dann setze ich den zweiten auch noch versteht da ich hoffe es mal wenn ihr halt irgendwas bearbeitet dann macht doch einfach erstmal das so wie ich das hier mache dann setzt eure ganzen daten und wenn ihr damit durch seid ähm dann schiebt ihr einfach alles wieder zusammen natürlich aufpassen wegen Komma etc aber ihr müsst das auch alles zusammen schieben weil der mischen muss das eine zeile sein so wie das jetzt hier funktioniert wir machen das mit einem datensatz erstmal ist ganz einfach und zwar wir haben jetzt hier muss ich gerade nochmal selber gucken dass ich selber durcheinander komme haben wir jetzt hier haben wir einmal hier die daten ich zeige euch hier jetzt nur anhand dem script was der macht ähm wir haben hier daten wir haben hier seite wir haben hier ctrl z text das ist dann der button der name ähm und das war's die drei sachen müsst ihr dann setzen die seiten wie gesagt hier auch was ihr jetzt setzt und zwar ist als erstes den shop name wie soll der button heißen ich nehme jetzt einfach mal klamotten machen wir einfach mal so klamotten shop ist auch egal wie es da steht so heißt der button zum schluss auch ihr seht ihr hier data select 0 und das wäre dann der erste daten das erste element ähm das heißt der button heißt am ende genau so klamotten shop so dann haben wir die seiten das macht ihr dann so das müsst ihr auch immer angeben das ist ganz ganz wichtig ähm da müsst ihr einfach mal müsst ihr einfach mal gucken das könnt ihr hier oben sogar bei der action bei manchen könnt ihr es zumindest sehen bei manchen eher nicht wenn ihr das halt eben hier oben nicht seht ähm da müsst ihr ja ihr müsst es einfach rausfinden es tut mir leid ich kann es einfach nicht ändern dann müsst ihr einfach nach gucken ich kann ich kann nicht alles euch äh ist es einfach so ich kann das einfach nicht alles zeigen äh wenn ihr gar nicht sicher seid dann tragt ihr einfach hier ähm wenn überhaupt da nichts drin steht dann macht das einfach so könnt ihr das hier auch machen Moment dann macht das einfach so also wenn ihr euch wirklich nicht sicher seid und habt da keinen Bock jetzt ewig zu suchen dann macht das einfach so dann ist es für jede Gruppe verfügbar weil soweit ich weiß im Shop das automatisch macht er das ähm aber wenn ihr das wisst wozu der Bruce ist weil ich jetzt spontan nicht unbedingt weiß was für welche Gruppe das wäre ähm dann tragt es einfach so ein dann werden alle Gruppen einfach äh jede Gruppe kriegt dann diese dieses Menü und soweit ich weiß wird das im Shop automatisch gemacht so wie gesagt Klamotten Shop so heißt der Button das sind die Gruppen äh je nachdem wie ihr sie einstellt ähm je nachdem diese Gruppen kriegen den Button also diese Steuerung wenn ihr jetzt hier zum Beispiel sagt ja das ist jetzt der Closing Shop dann habe ich jetzt keine Ahnung für West gemacht zum Beispiel dann macht ihr jetzt hier nur West rein das heißt dann im Umkehrschluss wenn ein Zivilen drangeht und will das öffnen das Menü geht auf das geht immer auf aber dann checkt hier das Script ist die PlayerSide in Sites also in den in der Seite das wäre dann hier dieses Array dann überprüft ihr das und die Zivilen ist da nicht drin also macht der Button gar nichts ich hoffe ihr habt es verstanden ganz ganz einfach also einfach nur diese Gruppen die den Button bekommen sollen hier in dieses Array eintragen ähm werde wahrscheinlich ein Exempel unten in die äh bei Global Gamers auch mit eintragen könnte halt auch nochmal gucken wahrscheinlich werde ich auch alles mit reinmachen so haben wir das und dann brauchen wir noch die Daten ähm bei den Daten ist das so dieser äh Button also der Button Data das ist dann der Button der gedrückt wird und er braucht die bestimmte Daten der Script ist ja dahinter Add Action to Script wie gesagt das ist hier der Button Name das ist die Gruppen die den Button bekommen sollen was jetzt hier eintragt ist das hier und bei diesem Beispiel jetzt hier weil es ist ja nur der Trader äh der der Closing Shop Menü geht am besten hier rein und guckt dann hier in diesem Array was hier drin steht ähm das ist ganz einfach erklärt ihr guckt einfach wenn ihr kein Vehicle Shop habt und auch keine Garage in die anderen Sachen wie Gensdor Klamotten Shop äh und so weiter gebt ihr immer die 6 an das als erste Zahl das heißt 6 Komma dann gebt ihr den Shop Namen an der ist hier hinten immer definiert das wäre jetzt hier Bruce gibt er mit hier an dann macht er ein Komma und dann gebt ihr noch den Script Name an dann hier oben das hier macht das einfach rein und dann war es das schon man kann es nochmal checken aber an sich war es das eigentlich weil ihr müsst überlegen ich erkläre euch warum ich das so mache oder warum ich das so gemacht habe ähm wie gesagt da geht das Shop dran äh Moment ja das ist richtig das ist schon richtig was ich mache genau ihr geht in den Shop dran und drückt hier irgendeine Taste die Taste gucken wir mal wie wir das das genau was für eine Taste machen ähm dann öffne ich das Menü alle Buttons werden gesperrt dann durch den Cursor Target holt ihr die Shop Data die hier definiert ist als Set Variable und liest dann alles aus was du alles aussiehst ist erstmal die ganzen Daten das wäre das ganze Array dann selektiert ihr aus dem die Seite also jetzt das Nullte also wenn jetzt der Counter das natürlich erstmal und wenn es dann wenn es dann 1 ist also ist ja nur 1 das untere hier ist dann unwichtig sondern die 1 ist dann dran äh selektiert ihr das Nullte weil das ist ja hier das Nullte Element dann holt ihr die Seiten bei das wäre die 1 und überprüft dann okay bist du jetzt in diesen Seiten drin in dem Beispiel jetzt nicht unbedingt okay wenn jetzt Polizei wäre es dann schon okay dann wird das Button der Button aktiviert mit Control Enable dann wird die Button alle gesetzt also die ganzen Daten und das wären diese Daten hier setzt jetzt erstmal auf den Button also erstmal nur drauf gesetzt dann holt ihr noch den den Namen das wäre dann hier oben das wäre dann der Button Name das geht auch so schnell so schnell könnt ihr gar nicht gucken deswegen ist Control Enable gut man könnte es nach unten auch setzen aber das geht so schnell das ist überhaupt kein Problem ähm wenn ihr jetzt hier auf den Button drückt wird dieser Script hier ausgerufen oder wird gespawnt ich habe das extra spawn gemacht nicht dass da irgendein Fehler auftritt ähm Add Action mit diesen Daten hier die Sachen die hier in diesem Array sind die schickt ihr weiter geht in diesen Script hier rein wenn ihr mich jetzt hier guckt wie ich das schon in einem Video erklärt hab aber wenn ihr das nicht wisst ich erkläre es mal ganz kurz die Wahl in diesem Beispiel in diesem Beispiel jetzt hier macht der Disselect 0 das heißt weil er dieses Array mitschickt ist das die Nummer 6 dann guckt jetzt hier in der Switch du mit der Wahl die Wahl ist ja jetzt die Nummer 6 also die Skala 6 der Nummer 6 guckt jetzt hab ich ein Case 6 dann guckt er 0 1, 2, 3, 4, 5, 6 ok hat er natürlich hat er das wäre ein bisschen unlogisch wenn er es nicht ähm ok dann ist er jetzt die 6 dann will er den Shopname haben das heißt dann Disselect 1 das wäre Bruce und den Scriptname das wäre dann Disselect 2 das wäre dann dieser Script dann baut er zum Ende das zusammen hier die 2 hab ich leer gesetzt weil beim äh bei den ganzen Scripts auch bei Weaponshop und so weiter selectet der die Nummer 3 0, 1, 2 genau die 3 und das macht er bei allen so deswegen kann man das überall übernehmen und äh nimmt den Shopname das wäre dann hier wieder Bruce und spawnt den Script das Season Script aber ihr habt es verstanden es ist ganz ganz einfach es ist wirklich ganz einfach so jetzt haben wir hier einen Button definiert wenn jetzt aber zum Beispiel auf diesen 2 oder 3 drauf sind dann kopiert euch einfach diese Zeilen hier macht hier hinten ein Komma dran und setzt den nächsten Shop ich mach jetzt mal das Beispiel hier oben mal das Closing Store mal weg nimm jetzt mal aus dem hier was äh warte mal Closing Store nimm mal den Market genau nimm mal einfach mal den Market mit so mach das mal hier wieder obwohl ja ich baue es wieder mal zusammen normal müsste ich es aus der Mission rausholen ist aber jetzt auch egal das sieht sehr ähnlich in der Mission aus weil das Doppelstring sind und so weiter so ihr wollt jetzt den zweiten Button haben das heißt der erste Button wäre dann Klamotten Shop und ihr wollt den zweiten Button jetzt dazu haben das heißt ihr habt jetzt da den Item Shop auch noch mit drin ok dann macht da einfach eine zweite zweites Array rein setzt das mit einem Komma ganz ganz wichtig und setzt und setzt dann das die nächste das nächste Element oder das nächste Array hier nach kommt kein Komma weil es ist nämlich das letzte dann wenn ihr jetzt wieder ein Element dazu machen wollt dann macht ihr wieder ein Komma und setzt das nächste und immer so weiter bis die ganzen jetzt natürlich nicht das hier oben das hier wäre richtig so und immer so weiter wenn ihr natürlich alle 10 Button belegen wollt ok dann macht ihr einfach 10 Dinge dahin so das gut ihr wisst ja jetzt das ist dann hier der Market dann nennt es einfach hier keine Ahnung machen wir mal der Market Market so heißt der Button Name dann bestimmt er wieder die Seiten bei dem Beispiel können glaube ich alle ran das heißt Civil and East Independent wenn ihr Independent Mod habt die meisten benutzen Independent für ich glaube ADAC wenn ihr mich nicht ganz öhre so bei dem Beispiel ist es genauso der Closing Store sie wie virtuell Menü virtuell Menü sind die ganz normalen ups das sind die ganz normale Items also die ganz normale Items kaufen könnt ihr auch auf 6 stehen lassen die Einzelausnahme ist halt eben beim Vehicle Shop die Vehicle Shops da ist das so dass ihr ein Extra also die Nummer 7 dann braucht das geht hier vom Grund her fast ähnlich zeige ich euch auch gleich mal kopiert euch hier oben den Market und das hier weg wie gesagt den Script hier oben noch kopieren dann ist das der zweite Button drin so jetzt machen wir mal als Beispiel wollt ihr jetzt ein ein Autoshop auch noch mit reinholen ok guck mal hab ich hier irgendwo was drin den Autoshop genau hier haben wir den Autoshop kopiere ich mal mit rüber hier oben den Market weg weil der Market hat der schon eingefügt halt also Leute die jetzt davon keine Ahnung haben oder wenig Ahnung haben muss ich leider raten dass ihr die Finger davon lassen müsst weil die was ich hier halt eben euch zeige hier das ist von der Schwierigkeitsgrad schon ich sag mal nicht einfach aber ihr müsst dann bedenken wenn ihr das macht ist es wirklich von der Performance Steigerung wirklich geil also es es gibt euch mehr mehr Performance so wenn ihr das jetzt hier genauso machen wollt hier ist ja da oben der Vehicleshop wieder wieder die nächste Spalte kopieren das Komma bitte immer das letzte Komma aufpassen dass hier kein Komma ist natürlich zwischen den Elementen muss wieder ein Komma sein also hier jetzt das Komma muss drinnen sein aber das beim letzten Element also jetzt hier unten darf kein Komma stehen sonst könnt ihr in den Mission rumspinnen so jetzt haben wir hier wieder wie die ganze Zeit schon hier kommt dann der Markenname rein das heißt dann hier mal Fahrzeugshop einfach Fahrzeug Moment Fahrzeug Top dann macht es einfach so oder was ja geil wie ihr wollt dann tragt ihr hier die Gruppe wieder ein hier oben sehen wir jetzt ein Beispiel dass es Kopka ist also ist das eigentlich nur für die Westgruppe also tragt ihr wirklich hier nur West ein das heißt in Zibi kommt da gar nicht dann dran sondern das ist dann wirklich nur die Westgruppe deswegen haben wir das hier auch alles so dann tragt ihr hier auf jeden Fall dann müsst ihr auch noch gucken wenn ihr oben hier seht Vehicleshop Menü dann ist das klar dass es Vehicleshops ist also nehmt ihr auch die Nummer 7 dann tragt ihr hier ein als also hier die Daten da kommt jetzt nicht Market rein sondern da kommt die Daten rein da ich das genauso gemacht habe wie Altes Live wenn ihr nämlich hier oben jetzt guckt dann seht ihr das hier genauso gemacht habt wie Altes Live könnt ihr das einfach die ganze Spalte übernehmen das ganze Ray hier einfach nehmen kopieren das hier weg das rein hinten noch den Script noch nehmen auch noch einfügen und dann war es das mehr ist das nicht und schon habt ihr es eingefügt also ist dann hier wie gesagt das ist der Button Name das ist nur die Gruppe die sieht es dann nur die 7 wäre dann hier in dem Beispiel das Action die Action to Scripts das ist halt die Nummer 7 und die Shopdaten der Script hinten Moment den Script hinten brauchen wir sogar gar nicht den können wir sogar sparen das brauchen wir sogar gar nicht bei dem weil der Script hier schon vorgegeben ist der ist hier schon drin ähm wie gesagt beim Closing Shop wie beim Virtual Shop also beim Market und so weiter müsst ihr den Script angeben damit die Nummer 6 also jetzt hier diese diese dieser Case damit er weiß welchen Script er spawnen muss seht ihr hinten den Script Name ähm da müsst ihr darauf achten wirklich wenn ihr das beim normalen Closing Shop nicht macht wird gar nichts passieren es wird einfach nicht funktionieren es wird einfach rumspinnen es wird auch wird euch auch keine Fehlermeldung zeigen es wird einfach nicht funktionieren also bitte bedenkt dass das auch rein muss so an sich war es das schon es ist wirklich nicht schwer ähm wir können gerne mal ich zeige euch auch gerne wie das bei Lizenzen funktioniert wir haben jetzt Lizenzen ähm bei dem ist es so da habe ich sogar noch was vergessen wenn ich das richtig sehe äh ne habe ich eben nicht ne das habe ich sogar gar nicht vergessen so dann gehen wir hier in Lizenzen ne jetzt wird sogar bei tonic anders so geschrieben so hier haben wir Lizenz Shop äh obwohl ich das hier auch hier drüben kopieren kann weil hier habe ich es auch eigentlich drin äh hier haben wir den Lizenz Shop ihr seht es einfach daran ähm hier steht es auch bei Lizenz dann nehmen wir das mal mit rüber ich werde das in dem Beispiel dann wieder mal hier oben das alles rausnehmen und nur den Faktor Shop drinnen lassen so kopiert euch das wieder macht beim letzten wieder ein Komma und wie gesagt hier unten letzten kein Komma so dann wieder hier den den Button Name eingeben das ist auch der ja sozusagen halt der Shop Name so dann gibt er hier an welche Gruppe das haben soll hier seht ihr zum Beispiel Lizenz, Swift, Driver und Player seid gleich ziviler das heißt in dem Beispiel ist es wieder zivilen Gruppe also zivilen hier eintragen dann guckt ihr wieder in die Add Action to Scripts welche Nummer das hat das wäre in dem Beispiel dann 3 Moment 3 so was ihr jetzt hier noch eingeben müsst das ist dann wenn ihr guckt die Lizenz den Lizenz Name der ist normalerweise wenn ihr hier oben guckt hier oben seht ihr es ja schon Driver oder hier unten Driver aber nehmt am besten hier oben das das ist sicherer Lizenz und Driver dann tragt ihr einfach hier alles wieder weg ein das heißt dann ist ein Lizenz Driver was jetzt noch eintragen müssen ist die Lizenz äh die Global Variable für euch und das wäre jetzt in dem Beispiel wieder Lizenz Tiff Driver das könnt ihr unten erkennen bitte euch das falls es da nicht drinnen stehen sollte dann sucht einfach nach Driver und zwar eigentlich normalerweise ähm ist das Driver ich kann selber nochmal grad suchen wenn ihr jetzt hier in den altes Live Mission rein guckt wo haben wir sie denn aber das hier dürfte richtig sein ähm und dann geht ihr in den Script Moment wo haben wir es äh Config Master ist das da hier drinnen nee hier ist es nicht drinnen hier steht zwar der Name drinnen aber das ist nicht das Richtige was ich suche Moment das haben wir gleich äh wie gesagt ihr müsst euch dann das raussuchen genau bei Lizenzpreis dürfte es eigentlich drinnen stehen nee da steht es auch nicht drinnen ist es in der Part to String ah hier ist es doch genau hier haben wir es doch das ist die Lizenz Typ ist das ähm seht ihr hier Driver und das hier hinten ist die Lizenz Name also die Variable zu der Lizenz und dies braucht ihr hier in der letzten Zeile ohne String ganz wichtig ohne String dann war es das auch es ist wirklich ganz einfach aber bei der Lizenz weiß ich ganz genau wenn ihr mich hier zum Beispiel guckt und das hier alles ist in einer Zeile also das ist in der in der einen Zeile von der Mission das ist so ewig lang das ist echt schlimm und hier ist es ganz kurz diese langen Zeilen die hier oben sind wenn ihr jetzt hier guckt bei Lizenz die ist wie ihr gerade seht die ist ja gar nicht drinnen ähm Moment nicht dass ich da noch irgendwas ah ok ich sehe gerade was da habe ich sogar noch was vergessen äh da muss ich unbedingt gucken dass ich es natürlich noch beikriege ähm ja genau da habe ich noch einmal was vergessen ist aber nicht das Problem das rauszukriegen ähm wie gesagt da fehlen dann noch ein paar Sachen obwohl das nicht ganz richtig ist ach so doch der der ähm der Preis fehlt eigentlich stimmt da muss ich mir auch noch was einfallen lassen wie ich den Preis euch anzeigen kann weil man kauft die die Lizenz direkt das ist das Problem ihr könnt es natürlich einfach machen indem ihr hier den Namen eingibt aber das ist natürlich ein Problem ähm ja da habe ich jetzt gerade überhaupt keine Idee wie man das lösen kann spontan habe ich keine Idee aber was ihr natürlich machen könnt ihr könnt hier oben einfach Leerzeichen könnt dann tausend äh tausend Dollar dann rein machen geht natürlich klar müsst ihr wissen ähm ich jetzt gerade spontan ich wüsste wie ich das umsetzen kann damit das funktioniert automatisch ähm weil hier wurde es immer automatisch ausgelesen obwohl es hier bei dem nicht so schwer sein kann ähm ja ist ein bisschen schwierig gerade hier äh nicht wundern das ist halt immer noch ein bisschen schwieriger habe ich gerade keine Idee wenn ich ehrlich sein soll ne tut mir leid also das äh automatisch machen würde zwar auch gehen aber ganz ehrlich es ist auch nicht so nicht so nicht so schlimm wenn hier kein Preis drin ist nicht unbedingt ähm wir können das zwar automatisch machen aber ich habe jetzt gerade im Moment wüsste ich jetzt nicht wie äh wohl Moment mal ne hab ich jetzt gerade wirklich keine Idee äh wie gesagt ihr könntet dann einfach da so und dann draufklicken und dann kaufen das wäre eine Möglichkeit oder ihr müsst dann für die für den Tiffshop müsst ihr selber eine Idee wisst ihr was guckt doch einfach selber wenn ihr irgendwas automatisch haben wollt hier könnt ihr einfach einen Preis ja angeben wenn ihr es automatisch haben wollt baut ihr selber was ganz einfach äh ich muss ganz ehrlich sagen kann ich jedes Mal ja ich mache das gerne kein Thema ich mache gerne Tutorials das ist überhaupt kein Problem aber irgendwo gibt es auch Grenzen also wenn ihr irgendwas automatisch haben wollt dann sollte sich vielleicht irgendeiner sich mal die Scripts angucken was automatisch hier zu bauen können wir auch so machen machen wir Community sozusagen Projekt daraus so und auf jeden Fall steht dann auf dem Button wie gesagt dann die Cent Shop 10.000 Dollar das ist dann die Gruppe da wird der Button nur angezeigt ähm die drei werden dann in dem Beispiel dann hier in der Action To äh Script wäre das dann diese dieser Case dann Driver ist die Lizenz das ist die Lizenz bei Name den schickt auch weiter bei Lizenz bei und den hier braucht ihr damit ihr hier überprüfen kann ob ihr Lizenz nicht habt oder halt eben habt wenn ihr sie nämlich nicht habt äh dann könnt ihr sie direkt kaufen wenn ihr sie doch habt dann kommt du hast die Lizenz schon das ist einfach nur wichtig damit ihr halt überprüfen kann habt ihr Lizenz oder habt ihr die nicht könnte man auch hier drüben automatisch machen klar ähm aber ihr sollt auch mal ein bisschen arbeiten für euch also äh es ist nicht schwierig normal ist das hier oben immer drinnen ihr braucht es eigentlich nur rüber zu kopieren ist der Variable fertig so jetzt haben wir als Beispiel jetzt mal den Shop fertig gemacht also einen Shop dann macht ihr es wie folgt ihr fügt das alles zusammen das ist halt nur auseinander geklammert worden und hab ich auseinander geklammert damit es ein bisschen einfacher ist zum bearbeiten wo ich gerade überlegen bin man könnte jetzt natürlich auch noch mal eine Config bauen damit ihr das alles in eine Zeile rein bekommt äh mache ich jetzt aber nicht also wenn jemand das braucht soll ich es selber bauen so ist das hier fertig kopiert ihr das einfach obwohl es hier ne Moment das ist nicht ganz richtig äh nimmt mal das hier drückt STRG F und macht dann ein Double String draus entweder so einen oder den normalen Double String alle ersetzen dann kopiert er das Moment dann muss aber hier oben das natürlich hier weg und das Letzte Zeichen auch das ist ein bisschen auch so dann kopiert er das geht in die Mission macht es an irgendeinem Shop ist ja egal ich mach das hier oben mal so haut das hier raus haut das hier rein und fertig obwohl hier stimmt irgendwas nicht Moment ja der hat hier vorne das nicht umgesetzt das muss natürlich noch gesetzt werden so jetzt ist es richtig so ein Double String muss alles Double String sein und das wäre es dann gewesen und schon ist die Add Action runter und ich habe die Set Variable drauf jetzt bin ich aber am belegen ob ich noch man könnte jetzt auch ein Script dafür bauen damit diese Sachen in ein Script reinkommen aber jetzt alleine schon hier die Zeile ist schon ewig kürzer es ist schon ein riesen Unterschied gegenüber vorher so wenn ihr damit fertig seid einfach speichern und fertig ist der Kram und schon ist die Set Variable gesetzt Beispiele wie gesagt werde ich euch jetzt so direkt keine großartigen machen was ich jetzt nur im Forum halt posten werde mal so ein Exempel wie das aussehen muss und wie ihr es machen müsst so und der Rest eigentlich läuft soweit Installation wie gesagt alles in Global Gamers guckt bitte unten in die Videobox rein da ist dann die Global Gamers Funktion da werde ich alles reinschreiben und ja wenn es irgendwelche Probleme gibt bitte auch zu Global Gamers gehen die Fehlermänder bitte posten also die RPT Log und dann kann ich gerne gucken was da los ist weil ich habe das jetzt so nicht getestet ich habe es einfach gebaut vermute mal dass es sofort geht aber trotzdem wenn es irgendwelche Probleme gibt müsste ich mal melden und dann schauen wir mal aber normal vermute das geht sofort weil es ist jetzt nicht wirklich schwierig das zu bauen so wie auch immer ich bin dann raus hier und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder was auch immer was bei euch jetzt gerade am Ende ist und ich bin dann hier raus man sieht sich dann bis zum nächsten Video und bis denne Ciao